Hallo Leute, heute möchte ich über den Angriff auf das PIVX Netzwerk berichten. Ja, geplant war das alles ganz anders. Heute hatte ich ein Video über PIVX 5.0 geplant. Und zwar wollte ich über die ganzen Neuerungen sprechen und ob ich denn jetzt finde, dass es den Coin deutlich wertvoller macht oder eben nicht und euch einfach mal berichten, was da eigentlich so drin ist. Jetzt ist es so, dass am 14.01. ein Angriff auf das PIVX Netzwerk stattgefunden hat und da dachte ich mir, das ist jetzt eine aktuelle News, über die ich auf jeden Fall berichten muss. Deswegen stelle ich dieses Video erstmal ein klein wenig in den Hintergrund. Das wird aber auf jeden Fall noch kommen. Im Moment ist es mal wieder so, dass ich mehr Videoideen habe als Zeit, aber schreibt mir trotzdem immer gerne eure Ideen in die Kommentare. Ich setze davon wirklich eine ganze Menge um und ich freue mich auch, dass ich dann immer Videos machen kann, die euch auch interessieren. Ja, aber back to topic. Heute geht es um den Angriff auf das PIVX Netzwerk. Wir wollen erstmal uns anschauen, was ist eigentlich passiert. Sind eure Coins denn in Gefahr? Und wie geht es jetzt auch eigentlich so ein Stück weit weiter? Hat mich das Ganze betroffen? Über solche Sachen möchten wir gerne heute in diesem Video sprechen. Ja, wie immer möchte ich jetzt auch die Jumpcoin Aktion wieder starten. Postet gerne eure Jumpcoin Adressen in die Kommentare. Die Aktion geht dann wie immer eine Woche und es dauert ca. eine Woche, bis ihr die Coins erhaltet. Ja, außerdem schaut auch gerne in die Beschreibung, da findet ihr einen Link zu meinem Library Channel. Abonniert mich auch sehr, sehr gerne dort, damit ihr die dezentrale YouTube-Alternative unterstützt. Und ich würde sagen, jetzt starten wir direkt ins Thema rein. So, dann schauen wir uns das Ganze doch mal Schritt für Schritt an. Wir sind jetzt erstmal auf Twitter und zwar auf der Twitter-Seite von PIVX. Und das ist auch das Erste, was ich gesehen habe und daraufhin bin ich auch gefragt worden, ist das eigentlich legit? Was geht da eigentlich ab? Denn die haben nämlich geschrieben, man solle sofort reagieren und sofort das in seiner Wallet eingeben hier, dass dieser Blog invalide gemacht wird. Dazu ein Screenshot vom Discord-Channel, wo das einer der Entwickler gepostet hat. Ich denke, das Problem an solchen Meldungen und warum so viele Leute dann erstmal fragen, was ist das eigentlich, ist, weil es könnte ja auch sein, dass das Twitter-Profil von PIVX gehackt worden ist und jetzt der Hacker versucht, den Leuten zu schreiben, gibt da mal irgendwas ein und er sich dadurch am Ende irgendwas ergaunert. Kann ja sein. Ja, im Grunde genommen wird dadurch natürlich nur ein Blog-Invalide gemacht, also so, dass dieser nicht mehr gültig ist, aber man weiß ja nie, was so ein möglicher Hacker vielleicht davon haben könnte, wenn er denn die Seite gehackt hätte und das jetzt von den Leuten verlangen würde. Deswegen herrschte erstmal eine große Unsicherheit und es haben sich erstmal Leute bei mir gemeldet, die mir genau das halt eben so beschrieben haben. Tatsächlich ist es aber so, dass genau das, was da steht, wirklich von offizieller PIVX-Seite kam. Das war zu dem Zeitpunkt aber noch nicht so klar, weil wie gesagt, es kann sein, dass so ein Account gehackt wird. Wir gehen jetzt also mal auf die offizielle PIVX-Seite und gehen das Ganze einmal durch. Also es ist am 14.01.2021 passiert, ist jetzt, wenn ihr das Video seht, drei Tage her, heute sind es zwei Tage. So, kurz zusammengefasst in fünf Punkten, wir gehen aber auch noch den ausführlichen Teil durch. Das Netzwerk ist wieder stabil und der Angriffsvektor kann nicht mehr länger genutzt werden, also das Netzwerk ist wieder sicher im Grunde genommen, das sagen sie schon mal im ersten Punkt. Keine Coins waren einem Risiko ausgesetzt oder sind es jetzt und das Netzwerk ist nicht kompromittiert worden, also es ist nicht von irgendeinem anderen übernommen worden, eure Coins sind also sicher. Die Eingangsfrage, die ich gestellt habe, sind deine Coins in Gefahr? Das waren sie nicht. Im Moment ist es so, dass ihr weder PIVX einzahlen noch auszahlen könnt auf den meisten Börsen. Außerdem gab es einen neuen Release, um die 5.01 und da ist eben genau dieser Fehler behoben worden. Wenn es noch nicht geschehen ist, bitte update jetzt. Unten gibt es auch noch eine genauere Anleitung, weil wenn ihr jetzt auf der falschen Chain seid, kann es sein, dass es trotz der neuen Version eben nicht funktioniert, weil es gab einen Chainsplit. Wenn das Netzwerk dann eben wieder stabiler ist, das sagen sie noch im fünften Punkt, dann werden auch die ganzen Börsen wieder ihre Ein- und Auszahlungen eröffnen. Und jetzt zum ausführlicheren Teil. Wir gehen das jetzt hier einmal durch. Ich werde euch das zusammenfassen. Der Text ist doch schon relativ lang. Ich gehe jetzt also nur auf die wichtigsten Punkte ein. Warum ist die PIVX-Chain geforkt? Es lag an einer ungültigen Superblockzahlung, die mehr Coins generiert hat, als sie es eigentlich sollte. Dazu muss man erstmal noch vielleicht so ein bisschen die Geschichte mit den Superblöcken verstehen. Ihr wisst ja, dass es bei vielen Masternode Coins ein Budget gibt. Also eine Treasury, wo darüber abgestimmt wird, was mit diesem Geld eben passiert. Das wird Block für Block erstmal zwar noch nicht erzeugt, aber erstmal schon gedanklich angelegt. Und wenn dann dieser Superblock generiert wird, dann werden diese Coins eben erzeugt, die vorher schon Block für Block angedacht waren. Und werden dann möglicherweise an irgendjemanden ausgegeben, der gesagt hat, hier ich habe eine coole Idee. Stimmt mal für meine Idee ab. Ich brauche dafür so und so viel Geld. Und dann mache ich das und das für diesen Coin. Dann entwickle ich daran weiter. Sorge für ein Listing da. Oder was auch immer mit dem Geld gemacht werden soll. Da kann jeder sagen, ich möchte jetzt hier ein sogenanntes Proposal aufmachen. Und möchte jetzt sagen, ich möchte mit diesem Geld gerne irgendwas tun. Und dann, wenn dieser Superblock erzeugt wird und genügend Leute dafür gestimmt haben. Das können nämlich alle Masternode Besitzer machen. Dann wird mir dieses Geld ausgezahlt. Und dieser Hacker hat eben da eine Lücke ausgenutzt. Und hat einfach Coins aus dem Nichts erzeugt. Und sich ausgezahlt bei diesem Superblock Event. Ein Superblock Event gibt es auch nur einmal im Monat. Das heißt, bei ganz normalen Blöcken, die erzeugt werden, gab es gar keinen Fehler. Nur bei der Erzeugung des Superblocks war es möglich, hier eben einzugreifen. Hier steht es auch nochmal, bis der Fehler erneut es mal genutzt werden könnte, würde es jetzt 30 Tage dauern. Der Fehler ist übrigens versucht worden auszunutzen. Es ist aber so, dass er das nicht geschafft hat, weil dieser Superblock ungültig gemacht worden ist, den er da erzeugt hat. Dieser Hacker. Ja, und dadurch sind auch keine neuen Coins erzeugt worden. Also im Grunde genommen war es viel Aufregung. Es war, die Community musste komplett mitmachen. Und dadurch konnte eigentlich ein Schaden erstmal abgewendet werden. Man könnte jetzt darüber diskutieren, ob ein Imageschaden entstanden ist. Aber zumindest ein Geldschaden ist nicht entstanden. Als die Entwickler das mitbekommen haben, dass hier ein Superblock manipuliert worden ist, haben die sehr, sehr schnell reagiert. Ihr habt es ja auf Twitter gesehen. Das war kurz nachdem der erzeugt worden ist, kam diese Twitter-Meldung. Und warum er es noch nicht ausnutzen konnte, ist der einfache Grund, dass eben dieser Hacker ganze 100 plus Blöcke, also mindestens 100 Blöcke warten muss, bis er dieses Geld ausgeben kann. Weil ihr wisst, wenn ihr neues Geld erzeugt, egal ob beim Mining oder über Staking oder Masternodes, dann muss dieser Reward erstmal reifen. Und das dauert sehr, sehr viele Blockbestätigungen. Und hier ist es eben auch so. Mindestens 100 neue Blöcke müssen vorher erzeugt werden, bevor er das Geld überhaupt ausgeben kann. Sonst gilt es als nicht ausgabebereit. Daraufhin wurden dann eben die ganzen Börsen alle angeschrieben. Die Community wurde informiert, damit eben dieser Hacker die Coins nicht nutzen kann, nicht ausgeben kann. Weil bevor diese 100 Blöcke um sind, wurde seine ganze Arbeit bereits kaputt gemacht. Hier steht nochmal ein genauer Ablauf, wie das alles so vonstatten gegangen ist, was das Ergebnis daraus war. Ich habe es ja so auch schon ziemlich zusammengefasst erklärt. Dadurch, dass eben die Leute den Block ungültig gemacht haben, konnte er es nicht ausgeben. Und hier steht nochmal, was die Konsequenzen davon sind. Und es waren keine Coins einem Risiko ausgesetzt. Das Schlimmste, was hätte passieren können, ist, dass er eben die neu erzeugten Coins jetzt einfach auf den Markt schmeißt. Das heißt ja, weil er die ja praktisch aus der Luft heraus generiert hat, ohne dass da wirklich Arbeit hintergestanden hätte, ohne dass er ganz viele Masternodes hat. Er hat die ja einfach nur durch seinen Hackerangriff erzeugt. Das hätte den Preis dampen können, wenn dieser Hacker erfolgreich gewesen wäre. Hier wird auch nochmal gesagt, warum es dieses Problem nicht mehr gibt. Naja, einerseits so ein Superblock, der ist jetzt erstmal erzeugt. Und zwar auf der richtigen Chain auch richtig, ohne diese Hacker-Coins. Und der nächste dauert eben nochmal 30 Tage. Und außerdem, wenn die neue Version komplett umgesetzt ist. Es ist zwar schon das neue Wallet draußen, also PIVX 5.0, aber wenn die neue Version umgesetzt ist, es gibt nämlich nochmal eine Hard Fork, also es ist das Wallet schon rausgekommen und jetzt dauert es noch ein paar Blöcke, bis dann wirklich auch alle auf der neuen Version sind. Lässt man den Leuten immer Zeit zum updaten, meistens ungefähr einen Monat und dann findet eine Hard Fork statt. Und mit der neuen umgesetzten Version nach dem Hard Fork wäre das sowieso nicht mehr möglich, weil in der neuen Version gibt es schon einen Final Fix, der diesen Angriffsvektor gar nicht mehr möglich macht. Ja, hier ist auch die neue Version, also ladet euch, wenn ihr PIVX nutzt, unbedingt die Version 5.0.1 runter. Ich sage euch auch gleich nochmal was dazu, das kommt jetzt sogar hier schon, wie ihr es schafft, wieder auf die richtige Chain zu kommen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits könnt ihr das hier versuchen, also einmal das PIVX Wallet schließen, dann in der Konfigurationsdatei von PIVX das hier hinzufügen in einer Zeile und das hier in einer anderen Zeile hinzufügen, dann das PIVX Wallet starten und dann in der Konsole eben diese drei Befehle hier eingeben. Das ist nochmal der, um diesen einen Block ungültig zu machen, dann fügen wir eine Add-Node hinzu und sagen, wir wollen die Bannliste einmal clearen, sodass wieder alle Nodes zugelassen sind. Ansonsten, wenn das bei euch nicht funktioniert, dann habt ihr noch eine zweite Möglichkeit, das wäre einmal die ganzen Blockchain-Ordner zu löschen. Das geht aber auch einfach, indem ihr in die Wallet reingeht und sagt hier Wallet Repair, Lead Local Blockchain. Ich bin einmal beide Wege gegangen, ich habe das hier auf meinem V-Server gemacht, das hat dann ewig gedauert, bis er wirklich diesen Block hier invalide gemacht hat, bis ich wieder auf der neuen Chain war. Zwischenzeitlich war das Wallet auf dem V-Server nicht mehr erreichbar. Ich vermute mal, der hat dann nochmal die ganze Blockchain versucht, neu zu validieren. Das war dann auch so, dass das Wallet nicht mehr erreichbar war. Irgendwann nachts ging es dann wieder, da habe ich dann eine Meldung von Uptime Robot bekommen, dass das Wallet wohl wieder erreichbar ist. Und heute Morgen habe ich dann meine Masternode neu starten können, weil ihr müsst die dann auch neu starten, weil es auch ein Protokoll-Upgrade gab. Immer wenn es ein Protokoll-Upgrade gibt, müsst ihr auch eure Masternode neu starten. Und auf einem anderen Wallet habe ich den Resync gemacht, der ist leider immer noch nicht durch. Das ist mein Staking-Wallet, was auf meinem Krypto-Server liegt. Und da dauert der Resync weiterhin an. Das dauert also relativ lange, weil da sehr, sehr viele Jahre aufgeholt werden müssen. Ja, hier gibt es jetzt noch ein bisschen mehr Background dazu. Ich erkläre euch das auch nochmal kurz zusammengefasst. Hier steht im Grunde genommen erstmal drin, dass bereits vor fünf Tagen klar war, dass es da einen Bug gibt. Also zwei Tage nachdem die Version 5.0 rausgekommen ist, war denen schon klar, da gibt es einen Bug in dem Budget-System, der ausgenutzt werden könnte. Daraufhin haben die Entwickler gesagt, wir fixen das schon mal. Also die haben schon einen Fix parat gehabt. Das war auch der Grund, warum sie so schnell reagieren konnten. Die hatten in einem privaten GitHub, haben die das alles schon gefixt. Und dann, als es wirklich dann jemand ausgenutzt hat, haben die sich gedacht, jo, jetzt schnell den Patch raus, schnell die Version 5.0.1 raus. Und es gibt nämlich auch Gründe, wo ich gleich zukomme, warum sie es nicht sofort rausgeschossen haben, also diesen Fix. Punkt 1. Hätten sie es vorher publik gemacht, dann hätte diese Lücke leichter ausgenutzt werden können. Sie wollten ja nicht auf einen Fehler hinweisen, wenn ihn vielleicht noch keiner gesehen hat. Ist ja logisch. Wenn ich jetzt schon sage, da gibt es einen Fehler, werden deutlich mehr Leute versuchen, das Ganze auszunutzen, weil sie ja auch noch darauf hingewiesen worden sind. Als wenn ich vielleicht darauf hoffe, dass es keinem aufgefallen ist. So, das ist so ungefähr die Logik dahinter. Das war der Punkt 1, warum sie es nicht gemacht haben. Und sie hätten ohnehin dieses Update nach dem Superblock veröffentlicht und gesagt, jetzt updatet auf die 5.0.1. Uns ist dann ein Bug aufgefallen im Budgetierungssystem. Ja, weil dann hätte es sowieso noch mal 30 Tage gedauert, bis der Bug hätte ausgenutzt werden können. Wie gesagt, alle 30 Tage wird der Superblock erzeugt und dann hätten die Leute 30 Tage gehabt, um zu upgraden. Ja, aber wenn man zwei Tage, bevor der Superblock erzeugt wird, sagt, hier gibt es übrigens einen großen Bug, ihr müsst jetzt noch mal ganz schnell updaten in diesen zwei Tagen und das wäre nicht geschehen. Und dann macht man auch noch Leute darauf aufmerksam, dass es da einen Bug gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall höher, dass ihn jemand ausnutzt. Das haben sie hier auch dann noch mal beschrieben. Ja, ich kann durchaus verstehen, warum man das genau so gemacht hat. Ich habe es euch ja gerade auch versucht zu erklären. Vielleicht versteht ihr es so auch, warum man so einen Weg eigentlich geht und sagt, wir haben zwar einen Bugfix, aber wir bringen ihn noch nicht raus, um nicht noch mehr Leute darauf aufmerksam zu machen, kurz bevor so ein Superblock eben erzeugt wird. Sie sind hier sogar etwas radikaler und sagen, wenn sie den Weg gegangen wären, dann hätten sie hinnehmen müssen, dass es hier jemanden gibt, der einfach so Pivix aus der Luft heraus erzeugt, weil dann hätten sie es nicht mehr verhindern können, dass eben genau das ausgenutzt wird. Ja, aber hier sagen sie noch mal zusammenfassend, dank den Developern, also den Entwicklern, dank der schnellen Reaktion der Community, der schnellen Reaktion der Börsen, dank der schnellen Reaktion generell vom Kryptouniversum, war es möglich, diese Attacke abzuwehren und jetzt im Grunde genommen hat das Ganze nicht mal wirklich Konsequenzen. Vielleicht einen kleinen Image-Schaden, wie gesagt, darüber lässt sich reden, aber ich sehe es so, naja, im Grunde genommen gibt es erstmal gar keine Auswirkung für euch, außer, dass ihr eure Masternode neu starten müsst, dass ihr vielleicht Arbeit habt mit einem neuen Herunterladen der Blockchain. Das ist nun mal leider so, daran lässt sich auch nichts schönreden. Das ist Arbeit, die nicht hätte sein müssen, wenn sie von Anfang an in der Version 5 diesen Fehler nicht eingebaut hätten. Aber, Appell an euch, Neuentwicklungen sind immer gefährlich und haben immer das Potenzial dazu, Bugs da drinne zu haben. Das ist vollkommen normal, das ist, wenn jemand was super geiles Neues rausbringt, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass es gerade am Anfang extrem verbuggt ist. Und das meine ich jetzt nicht nur in Bezug auf Software, sondern in Bezug auf alles. Die ersten Geräte, die man dann rausbringt, wenn man, keine Ahnung, ein komplett neues Handy baut oder so, die werden auch erstmal nicht so geil sein, weil man ja auch erstmal hier ganz neue Wege geht, die vorher noch niemand gegangen ist. So muss man das ja verstehen. Sowas kann immer passieren, man sollte da nicht gleich in Panik verfallen und alles überdramatisieren. Ja, es hätten Coins aus dem Nichts heraus erzeugt werden können, aber letzten Endes ist dann doch nichts passiert. Hier ist manchmal eine sehr, sehr schnelle Reaktion gefragt. Ich habe leider auch erst gestern geupgradet, nicht sofort vorgestern, als der Fall eingetreten ist, weil manchmal hat man auch einfach nicht die Zeit dazu. Schön, dass es so viele Leute gab, die so schnell reagiert haben. Ja, wie seht ihr jetzt die ganze Sache? Freut ihr euch schon auf das PIVX 5.0 Update, was ich euch dann vielleicht sogar nächste Woche geben werde? Vielleicht warte ich aber auch, bis jetzt dann der Hardfork durch ist und ich euch das auch direkt im Wallet zeigen kann. Ich mag es ja, wenn ich euch immer was Praktisches zeigen kann, wo ihr dann auch sehen könnt, wie sieht das denn eigentlich jetzt umgesetzt aus? Ich bin auch schon sehr, sehr gespannt. Ich habe schon einige Screenshots gesehen und dann schauen wir mal, ob das Ganze jetzt dann dafür sorgen wird, dass PIVX nachhaltig auch wieder sehr, sehr gut steigt. Ja, Leute, das war es heute mit dem Video für diesen Sonntag. Jetzt möchte ich mich an der Stelle erstmal bei den Leuten bedanken, die so schnell reagiert haben und mir das direkt geschrieben haben. Ich habe es tatsächlich trotzdem zuerst auf Twitter gelesen, aber trotzdem danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Es hätte auch sein können, dass ich es vollkommen verpasst hätte, wenn ihr mir das nicht geschrieben hättet. Jetzt freue ich mich noch über euren Kommentar unter dem Video. Das könnte eure Jumpcoin-Adresse sein oder eure Meinung zu dem Video oder dem Thema. Jetzt freue ich mich natürlich noch über einen Daumen nach oben, sofern euch das Video gefallen hat und ihr mit eurem Daumen nach oben bewirken wollt, dass meine Videos besser gefunden werden. Deswegen freue ich mich immer über die Daumen nach oben. Vielen Dank an die Leute, die das so regelmäßig machen. Ihr unterstützt mich sehr. Danke. Außerdem, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, schaut auch mal unten. Da findet ihr ein Abonnieren-Button plus die Glocke daneben, weil dann erhaltet ihr zusätzlich noch immer eine Benachrichtigung, sobald ich ein neues Video hochlade. Ich wünsche euch jetzt an der Stelle erstmal einen wunderschönen Sonntag und würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Also macht's gut, Leute. Bis dahin und ciao!